hallo und herzlich willkommen zu ultimate chicken horse zusammen mit dem chuck und dem steve bewertet den part und viel spaß bei dem video erst mal spannen warte wo ist das neue da oben ist noch ein fragezeichen kraftwerk mag mal das fragezeichen ja ich will auch ein kostüm jetzt kriegst du mal nein war das klar wäre was warum nicht zwei nein nur zwei das geht doch hoch schütte ich komm zum nächsten auch mal weg hoch werf es im leben der steht damit sie das schock bitte das tut ich hab ihre füllen warte füllen das tut aaaaaaah scheiße du weißt du kein kostüm egal für wen warte so aaaaaaah das heißt ultimate chicken horse ja ich bin nicht um hä haben wir den 15 minuten angehalten ja das ist ein bug wenn ich rausfliegen ich schwörste ich fick dir deinen bug der stehen bleibt fliegt raus ja oooohhhhhh oder wenn er runter fällt oooohhhh wie dünn muss man haben Ja das ist nicht unmöglich, ich hab's auch dadurch geschafft. Ich trete dir in die Fresse. Du bist unten. Ja du bist so schwanz. Ich schwor. Haha der Eis. Der Eismann war da. Der Eismann war da. Deine Mutter. Aus Tänk. Noch mehr eins. Noch ne Birne. Direkt hier rein, Alter! Direkt hier rein, Alter! Oh der ist aber rein, Alter! Oh nein. Man muss schläge durch sein und nicht so springen. Nicht so springen! Nein! Nein! Boy! Fuck! Nei! Diese Augen von nem Waschwell, die könnten töten. Mehrkopf, gib ein Brett hin. Wow. Mach du erst, dann Depp. Ich will nicht. Sprich! Ja. Jetzt. Jetzt. Was? Ja. Wuuu. Gut gemacht, Tim. Ja, du hast halt auch weg gemacht. Jetzt einmal noch ganz vorsichtig. Mann, jetzt. Komm in die Lama. All. All. Nein. Doch. Ach, das ist zu weit weg. Da kann man drauf springen. Da kann man drauf springen. Da kann man drauf springen. Was? Was? Ich schrie, Alter. Toll der Arme. Den Katzen am Arsch, Alter. Das sieht doch aus. Fuck. Fuck. Uhuhuhuhu. Uhuhuhu. Wir nehmen wahrscheinlich ein kurzer Aussitz. Aber jetzt. Gehirn-Aussitz. Oh, ab jetzt in der EU-Bau. Ja, danke. Scheiße. Da war ich. Das wird bei mir eine Nuller-Runde. Die Kacke damit. Ja. Stimmt, Tim muss weg, wir übertreiben. Stimmt, Tim muss weg, wir übertreiben. Weil ich eigentlich bei mir voll durchgesprungen. Ich weiss nicht. Wuuu. Was? JECK 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 So eine einfach Aufgabe. Da oben ist nicht solche richtige Falle. Das Ding war ein Weg und dann ist er hinten lang. Du warst nein. Du standst hier selber im Weg. Hast du wieder den Zeh angestoßen? Vielleicht. Sogar beides. Sogar alle drei. Der hat nur zwei. Was? Ich will ja los! Tööö. Ich fang, ich fang den Ball. Ich hab ihn. Ich fang ihn. Ich fang ihn. Hier rüber. Hier rüber. Ich fang ihn. Tim. 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 Mama. Tim. Was? Verbrannt. Sein Geschicht. Nimm's. Boah, der Klierer. Ich spiele jetzt so. Tim. Penis. Ey! Penis, ey. Ja. Oh, Mann. Was? Ich bin genau gleich wieder Tim. Was? Was? Das macht mich wieder glücklich. Danke Tim. Ich will mich jetzt nicht mehr umbringen. Wenn ich da blockieren gewinn ich. Ja, wenn ich da kaputt mache. Dann gewinnst du vielleicht. Was? Ich hab keinen Bock auf die Mütze. Oh, ich hab keinen Bock auf die Mütze. Da hab ich auch so einen Platinen drin. Du musst mal einfach da ansehen, ob meine Arme bringen sind. Alles klar. Und du willst mich doch jetzt verarschen. Ich hab, ich hab auf, ich hab auf Chuck geguckt, ich mein auf Tim geguckt, ich auf mich. Kacke. Tim. Nuller Runde hab ich gehört. Oh. Atombombe. Atombombe. Nein. Atompilz. Atom. Hey. Oh. 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 Nein. Warum? Hey. Immer keiner nicht dran. What the fuck? Ich hab mir das vor euch mitgehalten. Das ist kein Witz. Oh. 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 Was? 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 Wie bitte? Was? Ich nehm mich die nochmal umgedreht und den jetzt kommt. Oh! Was? Alter, das kam aus dem Film, man. Weiß der Art. Aber aus Heller Ringe, ne? Kein Zurückwünsche. Aus Peter. Aus Peter. Peter Enes. Peter, der Lübel. Ach, das Ding ist ja immer noch da. Darf ich mich hoch? Ja, ich mal noch. Ich hab sowieso gewonnen. Gewohnen? Ernsthaft? Hm. Ich hab mich einmal weggedruckt. Angeber. Ah. Du bist euer ultimativer Wurstbör. So, das war es jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst eine positive Wertung. Und dann würde ich auch sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Also haut da rein. Machs gut. Ciao, ciao.